Die Lage ist ernst und ich bin wirklich erstaunt, dass das immer noch nicht ganz überall angekommen ist. Viele Leute haben immer noch das Gefühl, dass es eine Hysterie ist, die hier stattfindet. Dem ist definitiv nicht der Fall. Es ist keine Hysterie. Wir haben eine ganz besondere Lage und müssen jetzt alle zusammen an einem Strick ziehen.